Beachten Sie bitte die geltenden Arbeits- und Umweltschutzvorschriften. Benutzen Sie Hartmetall- bzw. Diamantbohrer. Für die Bohrung von Löchern in GFK empfehlen wir die Verwendung von einem Hartmetallbohrer. Normale Standbohrmaschinen sind ebenfalls einsetzbar. Mindestabstände finden Sie im Farbeleinkonstruktionshandbuch. Für große Bohrungen benutzen Sie Lochbohrer. Bohren mit wenig Druck reduziert das Ausfranzen. Optimale Bohrgeschwindigkeiten finden Sie im Farbeleinkonstruktionshandbuch. Scharfe Bohrer verhindern das Ausfranzen. Senkbohrer ergeben optimales Finish. Vor der Oberflächenbehandlung stets reinigen und entgraten. Oberflächenbehandlung nur mit Atemschutz. Farbelein benutzt TechnoSeal 1120, aber ähnliche Produkte eignen sich ebenfalls. Abschließend ist das Material zu versiegeln. Nach der Versiegelung ist das Bauteil bereit für die Montage. Schuss. Untertitelung des ZDF, 2020